Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin sehr stolz, dir die neue und verbesserte Authentic German Learning Webseite präsentieren zu können. Schau mal, sie ist dazu gemacht, all deine Fragen zu beantworten und dir alle möglichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel gibt es im Menü eine FAQ, um alle oder hoffentlich die meisten deiner Fragen zu beantworten. Wenn du den Blog besuchst, dann kannst du eine von vielen Kategorien auswählen, je nachdem, welche Art von Ressource du am meisten haben möchtest. Okay? Und hast du auch die Flagge bemerkt? Ja, genau! Du kannst diese Webseite in mehreren Sprachen anzeigen. Wie cool ist das denn? Alles in allem könnte das ein wenig überwältigend klingen, weshalb ich eine Hier starten-Seite für dich gemacht habe. Klicke jetzt einfach auf Leg los als deinen ersten Schritt und lass uns damit anfangen. Vergiss nicht, die Reise zu genießen. Deutsch lernen sollte Spaß machen. Oh, und eine kurze Vorwarnung. Die Webseite ist noch nicht ganz fertig, aber ich wollte sie trotzdem veröffentlichen, damit du schon von all den Inhalten profitieren kannst, die hier sind. Du könntest seltsame Dinge wie die Überbleibsel alter Shortcodes, unfertige oder unübersetzte Seiten und andere Baustellen entdecken. Lass mich über die grüne Kontaktschaltfläche oben wissen, was du möchtest, das Ich zuerst reparieren und ich werde es so schnell wie möglich machen, okay? Vielen Dank und viel Spaß mit dieser Webseite! Okay, viel Spaß!